Musik So wie jede Superhelden-Geschichte hat auch diese irgendwo ihren Anfang. Unsere Helden waren nämlich nicht immer Helden. So wie jedes gewöhnliche Kind gingen sie zur Schule und spielten in der Natur. Feindliches Schiff voraus. Runde hat Steuerbord. Alle Mann auf Gefechtsstation. Was ist das? Ein Meteorit. Meine Käffi. Komm, lass uns gehen. Das muss ja sein. Leuchtet der so groß. Schleich, weil er gerade vom Himmel gefallen ist? Ich muss ihn anfassen. Bist du bescheuert? Nein, tu es nicht. Alles okay bei dir? Und so wurden aus zwei gewünschten Kinder Kinder mit Superkräften. Sie kämpften zusammen gegen das Böse, bis sie einen Brief erhielten, der die zwei trennte. Der erste Teil meines teuflischen Plans hat funktioniert. Nun muss ich die zwei nur noch dazu bringen, sich selbst zu vernichten. Und dann werden meine Superbube, mega geilen Roboter den Planeten versklauen. Und was steht denn hier? Eine Frau wird vermisst, dem muss ich nachgehen. Moment, ich höre da doch etwas. Hier ist ja nichts. Von hier kamen doch die Schreie. Mh, hier ist ja auch nichts. Komisch. Mal schauen, was da drin ist. Ah, was ist das? Wo bin ich? Was war das denn? Das wüsste ich auch gern. Na warte, dir werde ich zeigen. Versuch es doch mal. Ich bin viel zu schnell für dich. Mein Strahl wird nicht verdichten. Nein, unsere Kräfte funktionieren hier nicht. Vermutlich irgendein Raum, der unsere Kräfte abschirmt. Wollen wir unsere Vergangenheit nicht hinter uns lassen und uns wieder vertragen? Das ist eine gute Idee. Da vorne ist ein Fenster. Denkst du, was ich denke? Oh ja. Komm, lass uns von hier verschwinden. Nichts lieber als das. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ein Stopp. Die werden euch nicht verleicht. Die überlasse ich dir. Das wird ein Spaß. Oh nein, der Sterne ist hier. Hey, Doktor Ewel. Na, überreicht uns zu sehen? Egal was ihr vorhabt, ihr werdet mich nicht besiegen. Sie sind festgenommen. Das ist nicht Lache. Aua! Mitkommen! Das war wieder eine gute Arbeit von uns Jungs. Schön, dass ihr wieder zusammen arbeitet. Es war uns ein Vergnügen. Lasst uns eine Vereinbarung treffen. Gerne, dass uns nie wieder etwas trennt. Auch kein blöder Brief. Sehr gut. Auf, dass uns nichts mehr trennen kann. Auf unsere neue Freundschaft. Auf die Freundschaft. Hast du das Gesicht von Doktor Ewel gesehen? Oh ja, das habe ich auch gesehen. Mann, was habe ich diese gemeinsamen Abenteuer vermisst. Ich auch. Ich auch. Auf die Freundschaft. Ich bin ein Weg. Auf die Freundschaft. Ich bin ein Weg.